So viele Erfolge! Und jetzt sollen wir uns den Bastard! Ja, wir sind halt erfolgreich, ne? Oh! Da ist ein Wagen! Ein Auto! Der hat einen Unfall gebaut! Achtung, also wenn im Singleplay-Modus ein Auto brennt, dann explodiert es gar nicht! Eigentlich! Ja! Aber man soll nur noch ein paar Mal da aufstehen! Nein, du hast die Reifen tot gemacht! Das explodiert nicht, vergiss es! Lass die Muni! Ach, Menno! Keine Muni mehr! Oh! Oh, was, oh? Oh! Boom! Da so! Ah, da so! Da sind die! Ah, da ist einer! Da ist einer, da ist einer! Achtung! Da ist Muni! Zweiter Level! Ah, ich habe jetzt glaube ich es, wie die eine Schale, wenn ein der Klappler aufgenkelt! Ah! Ah! Oh! Ah, ne Leiche! Oh, ne Leiche! Ah! Ah! wie geht's schon wieder so ist sie in meinem Kettler ist eine Leiche ich bin es nicht gewesen okay wo ist die Muni ähm Muni da ist die Muni oh wohl oh ich frage jetzt nicht ob du das weißt oh Magazin leer, shit oh geil hui oh oh wow alter oh huiuiui hey das war nicht so nett au 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 ich werde die Kaffee weg oh ich muss weg 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 oh ab Schuss ein 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 okay wo ist es ein 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 Achtung ach was schießt auf mich du schießt auf mich du du nee ab dem ab ab kein oh Muni nein du gehst nicht als MG nein ach Mist k hallo wo ab hast du sachen gekriegt n n n n n n n n Da! Du kriegst auch eine! Friss Granate, Granatenfresser! Alter, du bist zu fett, um dich hinter einer Palme zu verstecken! Idiot! Oh, da ist ein Halt! Gab Schuss! Alter! Au! Wer schießt da? Au! Au! Shit, 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 shit! Das ist ein Spiel, das ab 18 ist. Ich glaube, wir dürfen schon fluchen, oder? Und natürlich dazu beifügen, dass wir 18 sind. Ein Hund! Wow! Alter! Du Hundessohn! Killassist! Haha, hab nur einen Schuss gemacht. Ja. Ich weiß. Ich hab den Rest gegen ihn. Nein! Nein! Wir sind da drüben! Ein Gewicht! Kopfschuss! Nachlagen! Achtung, da! Kopfschuss! Ah! Du machst das schon! Was mach ich? Oh, da ist ein Mg! Jetzt zieht man sein Gehirn! Ab was du wollten! Haha, jetzt zieht man's! Der Geilste Spiel! Jetzt zieht man sein Gehirn! Achtung, da ist einer am Mg! Okay! Mein Gehirn! Pfff! Lade nach Häusen! Hast du einen Sopptos? Bin bald leer! Okay! Keine Munition! Mist! Hopp! Nooo! Schaltet die Panzerfaust aus! Hülle nach! Was ist Panzerfaust? Was? Bindermeld! Hä? Wo ist denn hier Muni? Ah, da! Da ist keine Muni! Oh! Da ist ein Pirat! Oh! Da! Okay! Ich brauche Muni! Muni, Muni, Muni! Ah, da ist wieder! Da ist die, da ist die, da ist die! Da ist die, da ist die, da ist die! Da ist die, da ist die, da ist die, da ist die! Hey! Der Wichser verpisst dich mit unserem Geld! Schau mal! Uh! Hoho! Alter! Was war das? Komm, Schuss! Oh! Ah! Aha! Ja! Ich, ich hab's gespürt! Und der kann besser schießen! Granate, 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 Granate! Wow! Alter! Uh! Da macht einer einen riesen Feuerwehr! Gerade nach! Wow! Was ich eins daneben schiesse, ey! Hehehe! Das war ein Kopfschuss! Kopfschuss! Aber wenn dann richtig, ne? Wenn ich mal treffe, dann... Hehehe! Warte, ich geh gleich nochmal nach! So nach! Lieber zu viel, als du wenig! Ich wollte nicht dachten! Nein! Nö! Nö! Bumm! Nein! Mach ich jetzt nicht! Da ist ein großer Gelder! Oh! Granate, 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 Granate! Oh! Ein Pecky! Pecky, ja! Und der steht auf meiner Granate! Bumm! Hehehe! Okay! Sucht euch einen guten Platz! Wir kriegen Gesellschaft! Okay! Gesellschaft! Checkt euch, der reicht! Wo? Treibstofflager-Status! Verteidige den Generator! Verstanden! Okay! Ähm! Ah, der ist noch ganz okay! Beim Rettungswort! Oh! Und wo kommt der? Ja! Schieß doch in die Eier! Oh! Mist! 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 Woh! Mist! Woh! Er ist noch neuncoat Turtle, denn da ist schon weg! Wo finde ich das? Sie können nichts machen! Komm, duot! Wie? Bumm! Woh! Oh, schoss! Da ist ein Mg, 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 Mg Warte, warte, woher kommen die? Ach da Wer ist das? Oh, was ist das? Ja, ja, geil Ich hab keine Immunition, ne Ich muss... Ein Hund, ein Hund? Nein! Nein, 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 nein Die wer ist ja nie Mist Oh, du bist tot Sag doch was, Mensch Bist du? Ja, der Hund, äh, wer hat die Immunition? Ah, wow Alter Ja, genau, der Hund Ah, der Hund Scheiß Hund Ich wurde kaputt von meinem Hund Boah Okay Naja Ähm Ist Ist Schon Nicht Ganz Einfach Hier, ne Na gut Haltet die Stellung sauber Verstanden? Mhm, verstanden Soll ich jetzt gleich am Anfang mal an sich gehen? Da kommt doch gleich ein Schiff, oder? Ja, aber das ist schlecht Ja, ich kann's eben nicht wenden Ja, ich kann's eben nicht wenden Ich kann nur In die See hinaus Schiessen Das ist das Problem Ah, jetzt kommt ein Boot, jetzt kommt ein Boot Genau dann, wenn ich nicht mehr hier bin, oder? Da kommt ein Da kommt ein Da kommt ein Okay Das wirst du mir büsten Ja Woh, da ist einer, da ist einer Abom Oh! So! Schon wieder im Boot! Ach, Mist! Kack, kack! Mist, 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 Mist! Oh! Ach, du bist da! Ach, ich dachte schon! Wieso, wieso geht das Boot kaputt? Das Boot? Lass doch das Boot! No. Ist doch gut. Ah! Nein, schon ist er da unten! Ich hab Spilzen gefunden! Wenn, ne, ne, ne! Schieße den auf! Ok! Treibstoff-Things wieder ganz! Ich...tot! Du, tot! Wo du tot? Ach du, da! Achtung, Hund! Oh, schön wieder! Scheisshund! Scheisshund! Ah! Aaaaaa! Da... Ja, ich komm gleich, ich komm gleich! Ok, glaub ich ist gut Eine Granate, die sind besser auf! Hast du super getroffen mit der Spitze Wo hab ich schon wieder gespritzt? Patron! Okay. Äh, ich hole schnell Muni, wenn's gleich so gut wird. Ich hab's total verschluckt. Verschluckt. Ja, verschluckt wird. Also du hast vorher einfach aufgehört. Aha. Sprech. Feinige Scheiße! Schaltet den Riesenkerl aus! Weiß nicht mehr. Riesenkerl, Riesen-Riesen-Kerl. Was glaubst du? Wir haben's geschafft. Nee, da kommt ein Riesen-Kerl. Parieren! Was? Ist was? Ich seh so niemanden. Ich auch nicht, aber ich hab gehört, ein Riesen-Kerl. Ein Riesen-Kerl. Wo ist denn da ein Riesen-Kerl? Verteidige den Generator bis Seto eintrifft. Ja, Seto ist ja noch nicht da. Oh. Ach, da hinten. Ach nee. Doch nicht. Äh, ja. Gemütlich. Gemütlich, ja. Oder ist der General... Stand, Sonne, Ruhe. Treibstoff-Lagerstatt. Voll. Ja, der ist ja schon voll. Ja. Hm. Na dann, warte mal auf Seto. Ach, da hinten steht... Ja, ich hab ihn gefunden. Den Fettzer. Der ist da hinten. Ja. Der Specki. Wo ist der Specki? Was hinterm Haus? Ja. Ah! Der Riesen-Kerl. 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 Ja, ich hab keine Uni mehr. Kann man denn nicht mit dem Messer? Nein, geht's nicht. Ich hab' mir doch... Oh, ich hab' mir doch... Oh, ich hab' mir doch... Ich hab'... Du hast das. Jaja. Juhu. Okay. Äh, stimmt. Oh, jetzt will ich mit der Waffe abhaken. Alter, ich bin mal da. So. Okay. Oh, jetzt... Jetzt kommt Seto. Ja, jetzt kommt Seto. Ah! Das war Seto. Ah, das ist Seto. Hallo, sie. Ich bin hier. Ja, jetzt sind wir wieder zufrieden. Ihr greift mein Rücken und ich euren. Okay? Okay. Okay. Ich glaube, das ist der Beginn einer guten Partnerschaft. Mhm. Ich dachte schon, er wollte sagen, das ist der Beginn einer... Ähm... Wie heißt's? Echten Freundschaft. Mhm. Schon wieder ein Erfolg. Tadam. Bereit oder nicht? Äh, jetzt kommt glaub' ich die... Die nächste Ding, oder? Sozusagen. Die nächste Mission. Oder? Also... Das nächste Level... Also ich bin jetzt Level... 5... Und... 6... Und... Ich bin Level 7. Ja, 6. Nicht 7. Äh... 44... Ach so, Revolver. Hoben, schade. Ja, ja... Mir doch egal. Äh... Oh... Beste... Gutes Spiel. Sechster Sinn. In die Nüsse. Unter die Gürtel und nügendrupp. Wann spiel? Fortfahren. Es sind Decoder verfügbar. Ja, ja. Fortfahren. Soll ich mal ne... Soll ich mal ne... Ne... Schnell... Soll ich mal schnell einen Schnitt machen hier? Hast du schon Fortfahren geklickt? Also bei Ergebnisse. Mhm. Ja, ich hab schon auf Fortfahren gedrückt. Jetzt kommt man wieder auf... Ah, jetzt kann ich mir eine Bewaffnung erstellen. Das ist ja gut. Ach so... Also du bist schon bereit, ne? Aber ey, sonst mach ich ja mal schnell einen Schnitt und... Schade mal neu, ne? Also... Das war's mit der ersten Mission. Wir hören uns wieder bei der nächsten Mission. Bis dann. Tschüss. Kannst auch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.